wo willst du dich fest an meine standposition sagt bescheidung schmeißt dir da noch ein geschütze ich muss erstmal so raus eigentlich packtet mal hier richtig im zwischenraum drin das ist ja schon zwischenraum ja da würde alle sind ach so dann aber mir braucht kinder packen das machte mehr sind da wo die alle sind wissen ungefähr hier verdammt sagt jeder der kette hier ist man die beste position was kaputt geschaffen meine brunnen wir so blöd und hat hinter mir versteckt oder vor mir etwas versteckt sie selber ich habe so ein schiss ja sie bewegt sich sie bewegt sich schön es lebt es ist intelligent geworden ich weiß es tot hinter dir das interessiert mich nicht hat sie noch panor so die sind so wieder oben das antischützsystem ist schon toti das hat jeder hat den kräftigen schrien hast du dir voll knapp war ich habe einen schuss drauf gegeben gehabt habe irgendwie richtig böse schreien und kannst ja musst du gewesen sein wenn die so schreien ich wollte die eigentlichen ihre bestandteile auflösen sei doch nicht so ich habe auch was die raketenwerfer genau vor mir und habe abgeschossen irgendwie hat er mein komplett beileid gerade adele postiert da sieht irgendwie aus als ob ich überhaupt nichts zustande bringe die große müssen auf mich aufpassen das ist die prämierend ich werde euch wieder in meine bestandteile auflösen habe ich zu ihm gehört warte nicht und aufgelöst gesehen nur ich bin immer noch um ein wenn überlebt außerdem war ja auch die wir eliminieren schon wieder hier vorne sind welche höchsten ihre bestandteile und wie versehen sie von nix ich treffe ja ein will ich machen dass wir lassen 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 die menschen hier mit mir sehen kann doch gemacht mit der da gehört ganz hier wartet er wird mir gegessen und ist noch einer ja so kommen ich bin spaß haben und immer und da schwebt da weg ist tot und wir sind seine bestandsteil das ist ein echt böse gebäde ich freue mich schon auf den nächsten teil wird rauskommt da soll ja auch wieder miteinander spielen aber da weg denn auch wieder hängen du stehst vor meiner flinthe recht hoch bei jedenfalls auch wieder kommen er wird ja immer noch stelle das wird umgeflogen anders schon wieder ganz der stadt sich da hatte ich auch nichts machen können scheiße war mein letzter rakete wenn sie auch nicht mit raketenwerfer drauf das war so ich kann und ich mache wisse du bist so gemein lasst die leute doch mal in ruhe wieso was für scheiße sehen zu mir geworfen kann sein dass das vermöger zurückgerollt ist oder was ich habe gegen die links geschossen dachte so wird sein granat oder sogar ich guckte die gravitations granate wir haben es ist es oben bei uns das war eine pentam die der bei dir kann nein unten war eine nemesis ja aber hinter dir stand ist ich sehe bloß diesen da denn ein großer licht blitz und wechseln sie sind die liebte aber noch bis er ein herr attack war anstatten geht ja das ist einmal ganz grüße und vor allem wir selbst den mache ich im nacken ja du wir haben aber alle darauf geballert mit ein bisschen danke schön ja danke schön ich war zu blöd um weg zu gehen blitzen hier um auch schon wieder in der haustür sagt man hatte ding da irgendwie strahlung das ding ist ein bisschen zu nah dran also bewegt danach leuchten wie kann ich muss hier aber den dingen erledigen ich mache mir kein schaden das ist großartig der macht mir kein schaden ich habe das vertraut kondomisch Da hat's jetzt zerrissen. Ich probiere die Schilder, danke. Danke. So, machst du den dicken? Ja, ich muss erstmal langsam aber gemütlich zurück. Ja, mach Opa, hast Zeit. Ich habe noch eine Schilder. Oh! 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 Den hat es eben verpflückt. Das Schild liegt aber der andere ist weg. Ähm... Oh! 2 Schilder unten. Ja! Du... Wir müssen langsam zurück, ne? die anderen wollen keine zusatzpunkte haben ok doch alle da juhu 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 ja ja der stabilisator modul 2 gewährt für also eine mission ok schrothwind klinge und lucos 3 m12 auf